Herzlich Willkommen zu Deffner und Zschäpitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Deffner, Dietmar Deffner. Mein Name ist Zschäpitz, Holger Zschäpitz. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Episode 345, lieber Deffner, und jetzt ist der Bär im Urlaub und dann passiert sowas an den Märkten. Was ist denn da los? Da will man seinen Urlaub mal genießen und schon, ja, ich könnte ja den größten Erfolg meiner Wettkarriere, habe ich ja letzte Woche gefeiert, drei Wetten, aber es ist, und ich bin nicht da. Da habe ich Triumph, SMSs bekommen, Whatsapps schickt man heute. Das hat er sich nicht nehmen lassen, der Bär aus dem Urlaub hier auf die Märkte zu gucken. Und also welche Wetten hast du? Eine Klotzkastwette hast du gewonnen. Also die Wochenwetten, würde ich sagen, das ist wirklich... Die machen wir sowieso nicht, die Klotzkastwetten, aber die werden ja nicht mitgezählt. Die zählen ja nicht in unsere Wettbilanz ein, aber die hast du auch gewonnen. Aber da lag ich zur Zeit immer schlecht. Ich hatte ja ein paar Mal auf Korrektur nochmal getippt, dann wollte der DAX nicht weiter korrigieren. Dann ging er nach oben und wenn ich dann mal wieder ins Bullenlager gewechselt bin, auf Wochenbasis zumindest, also der langfristige Trend ist ja sowieso für mich nach oben. Aber diese wöchentlichen Veränderungen sind ja immer auch schwer zu prognostizieren. Na gut, da lag ich weder daneben und ziemlich daneben sogar. Und dann hatten wir die Sommerkorrektur, die haben wir rechtzeitig ausgerufen. Wir haben sie wirklich rechtzeitig ausgerufen. Also wer bei uns jetzt zugehört hat, das war ja am 7.7., nee am 8.7. haben wir sie ausgerufen. Da ging es ja um die Frage, gibt es jetzt die große, die gibt es ja eine kleine Sommerkorrektur, die 10 Prozent oder mehr vom Nasdaq an 100 abschreddert. Und dann ging es nochmal zwei Tage hoch und dann kam ja dieser berühmte Turnaround an dem Tag, als die Inflationszahlen am 11. kamen. Also es gab nochmal zwei Tage hoch und dann ging es runter. Und die Wette habe ich gewonnen. Und die zweite Wette, es gab gruselige Wirtschaftszahlen aus Deutschland. Zweites Quartal minus 0,1. Das war natürlich auch nicht so besonders gut. Und da hatten wir ja die Wette, dass du gesagt hast, hey, das wird der große Turnaround Deutschlands. Aber diese Deutschlandgeschichte hat natürlich überhaupt nichts mit den Märkten zu tun. Das ist eine ganz eigene Geschichte und die müssen natürlich gleich am Anfang besprechen. Das, was an den Märkten jetzt passiert ist, vor allem dann an diesem Schwarzen Montag. Das war ja letzte Woche, wo es schon nach unten ging, vier Prozent im DAX alleine verloren. Und dann an diesem Montag, ein wirklicher schwarzer Montag, vor allem in Japan. Was da passiert ist, das ist unser Thema heute. Das wollen wir ganz ausführlich besprechen. Und mit all den Einschätzungen zu den Gründen, zu dem, was man jetzt tun sollte, ganz ausführlich, werden wir darauf eingehen in unserem Thema. Und das machen wir auch gleich am Anfang. Bullenbär wird dann nach hinten geschoben. Ganz genau. Aufgrund der Aktualität. Und ich wollte auch noch eins sagen, dass unser Gast letzte Woche, dein Vertreter quasi, Risa Darius Montaseer, der auch schon ziemlich gut lag mit seinen doch eher pessimistischen Grundeinschätzungen, auch zur Konjunktur in den USA. Das war ja eine seiner Argumentationen, weshalb es zum Beispiel auch im Russell 2000 nach unten gehen könnte. Weil er gesagt hat, die US-Konjunktur, die ist nicht so stabil, wie sie von vielen gehalten wird. Und der hat ja auch sehr propagiert, auf Anleihen zu setzen. Also wer letzte Woche in Anleihen investiert hat, der hat auf jeden Fall einen guten Schnitt gemacht. Das war so eigentlich die einzige Asset-Klasse, die gelaufen ist, weil ja auch Gold abgeschmiert ist, Silber abgeschmiert ist, zeitweise auf jeden Fall. Und Bitcoin sowieso und vieles mehr, die Aktien sowieso. Naja gut. Also alles aber der Reihe nach. Stimmt. Vielleicht sagen wir erstmal, was passiert ist. Wir haben sieben Billionen an Market Cap zerschreddert. Also sieben Billionen an, also wenn man mal die gesamten Wert aller Aktien in der Welt nimmt, haben wir halt sieben Billionen Dollar weg. Das ist ungefähr das Bruttoinlandsprodukt von Deutschland. Das ist ungefähr vier plus nochmal Frankreich. Also diese beiden Sachen sind weggekommen. Und wir haben natürlich ein paar Gewissheiten, haben wir natürlich auch aufgeräumt bekommen, dass die US-Konjunktur keine Rezession mehr erlebt. Da hatten wir ja schon die Idee, es gibt ein No-Landing, dass die japanische Notenbank nie die Leitzinsen erhöhen würde. Die Idee war ja auch mal da. Oder dass das KI die Geschäftswelt umgehend revolutioniert, dass Trump die Wahl schon gewonnen hat. Und lauter diese Sachen, die kamen dann halt alle zusammen. Und ja, dann hat es gekracht an den Märkten. Also Hauptursache waren ja schon diese Rezessionsängste, die plötzlich in den USA ausgelöst worden sind. Und da ist ja die Frage, sind das berechtigte Sorgen? Ja, also weil du sagst in der Gewissheit, dass es keine US-Rezession gibt, die ist erstmal abgeräumt worden. Also so weit sind wir ja noch nicht. Es sind jetzt erstmal Ängste aufgekommen. Und das jetzt, und das habe ich ja auch immer gesagt, dass natürlich die amerikanische Wirtschaft jetzt nicht immer weiter wachsen wird, sondern dass sie natürlich auch mal landen wird. Die Frage ist ja immer noch, wird es am Ende eine harte oder eine weiche Landung? Und wird es tatsächlich eine Rezession oder wird es einfach nur eine Abkühlung der Wirtschaft, wie es ja die FED schon lange anstrebt? Ja, es kam jetzt natürlich unglücklicherweise zusammen mit der FED-Sitzung, wo man die Tür geöffnet hat für eine Zinssenkung im September. Und plötzlich war das keine gute Nachricht mehr für die Märkte. Und plötzlich waren ja auch, das war ja das Interessante, plötzlich sind schlechte Konjunkturdaten keine guten Nachrichten mehr für die Märkte, sondern umgekehrt. Plötzlich sind schlechte Konjunkturdaten wieder schlechte Nachrichten für die Börse. Da muss man sich auch als wieder dran gewöhnen. Weil bisher waren immer so schlechte Konjunkturdaten, sind Hoffnung auf Zinssenkungen. Und nachdem jetzt die Zinssenkung angekündigt worden ist, ist diese Zinssenkung ja eingepreist. Braucht man das nicht mehr spielen so ungefähr, hatte ich so den Eindruck im Merken. Und plötzlich waren eben dann diese, und dann kam ja am Donnerstag zum ersten Mal dieser Einkaufsmanager-Index aus der Industrie, der eben deutlich unter dem 50-Wert gefallen ist, was Wachstumsschwelle ist und deutlich schwächer ausgefallen ist als erwartet. Das war schon eher der erste Bremser. Da gab es ja dann schon an den US-Märkten dann einen Turn ins Negative. Und von da an und dann am Freitag eben noch sehr schwache Arbeitsmarktdaten, die dann diese Sorgen nochmal befeuert haben. Und plötzlich sprachen alle vom bösen R-Wort, das ist wieder zurückgekehrt, an die Börse. Aber ich glaube nach wie vor jetzt bloß ein paar solche Indikatoren, dass sie noch lange keine Rezession vorhersagen. Und wir haben ja zum Beispiel dann auch gestern den Einkaufsmanager-Index aus dem Dienstleistungssektor bekommen, der angestiegen ist, über der Wachstumsschwelle auch wieder weiter lag. Und also vielleicht gibt es dann in der Industrie schwächere Tendenzen, aber in anderen Segmenten wieder stärkere Tendenzen. Also ich glaube nach wie vor, dass wir irgendwie eine weiche Landung hingekriegen. Und dann kommt ja auch eben die Notenbank mit Zinssenkungen. Und das kann ja auch heißen, dass sie dann möglicherweise gleich mal einen großen Zinsschritt im September macht. Muss ja nicht erstmal mit einem kleinen Schritt anfangen. Also bei 5,5 Prozent Zinsen kann man auch mal ein halbes Prozent, einen halben Prozentpunkt die Zinsen senken. Und das würde ja dann auch wieder der Konjunktur auf jeden Fall helfen und positive Impulse verleihen. Also von daher, also diese Rezession in den USA, die sehe ich noch nicht. Aber die Märkte haben sie jetzt eben als Furchtbild vor Augen. Ja, es gibt zwei Indikatoren, die dafür sprechen, dass es eine Rezession gibt. Es gibt die berühmte Samen-Rule, die ist nach Claudia Samen. Das ist eine ehemalige FED-Ökonomin, die hat das mal aufgestellt. Die hat gesagt, wenn die Arbeitslosenrate über ein bestimmtes Niveau von den letzten zwölf Monaten im Tiefpunkt ist, nämlich 0,5 Prozentpunkte höher, dann sind wir halt in der Rezession, weil die meisten Abschwünge gehen halt über die Ausgaben der Konsumenten, also die Verbraucher. Und da die ohnehin schon stretched waren, und man sah das ja auch bei McDonalds-Zahlen oder bei anderen Zahlen, dass halt einfach die Verbraucher jetzt sich schon zurückgehalten haben. Also über diesen Mechanismus könnte man halt dann in die Rezession rutschen. Das ist die eine Regel. Und das Zweite ist die Zinsstrukturkurve. Die ist nicht mehr invertiert. Also es war ja ganz lange Zeit so, dass die Zweijährige über der Zehnjährigen lag. Und normalerweise ist es ja genau umgekehrt, dass immer die langfristigen Zinsen über den kurzfristigen sind, weil langfristig mehr Risiken, mehr Inflationsgefahren und so weiter und so fort. Und deswegen wird man normalerweise, wenn man langfristig sein Geld anlegt, an den Anleihenmärkten auch mit höheren Zinsen belohnt. Das war aber nicht so. Und das war lange Zeit eine inverse Zinstruktur. Und das hat sich jetzt geändert. Jetzt ist die Zweijährige unterhalb der Zehnjährigen. Und meistens war das so, wenn genau das dann passiert ist, dann kam die Rezession. Und dann ist halt so ein Zinssenkungszyklus, normalerweise ist ein Zinssenkungszyklus sehr positiv, fährt fängt an, senkt die Zinsen. Es gibt wieder mehr Liquidität in den Märkten und dann gehen die Märkte hoch. Aber so ein Zinssenkungszyklus ist dann negativ, wenn danach die Rezession kommt. Und das haben die Märkte dann halt auch vorweggenommen. Und dann ging es halt nach unten. Und dann kam halt die zweite Sache doch dazu. Gerade Japan, das war so die, wo es dann auch noch so Monster-Trades gibt, die berühmten Carry-Trades. Die muss man vielleicht auch den Leuten mal erklären, um zu verstehen, warum das eine Rolle spielt bei diesem Ausverkauf. Warum Japan da auch eine bestimmte Rolle spielt. Es war ja jahrelang so, dass die japanischen Zinsen bei Null lagen. Und das war am kurzen Ende so, also bei den Leitzinsen. Und das war am langen Ende so, da war der Zins ja gecappt durch diese berühmte Yield-Curve-Control, so nannten die das die Japaner. Und sie haben gesagt, wir wollen, dass die Zehnjährigen nie über, erst war es 0,2. Und dann haben sie gesagt, okay, wir können ein bisschen was lockern. Mehr als 0,5 wollen wir nicht. Und dann konnte man halt als Anleger einfach nach Japan gehen, konnte sich da billig Geld leihen, hat das genommen, hat das dann in Dollar umgewandelt. Das Geld und hat das irgendwo in der Welt angelegt. Weiß ich nicht, US-Technologie-Werte. Oder einfach auch nur in US-Staatsanleihen. Und dieser Zins-Trade hat halt super funktioniert, weil Japan halt die Zinsen niedrig gehalten hat und der Yen auch immer gefallen ist. Und natürlich, das sind diese berühmten Carry-Trades. Und das Problem fängt dann an, wenn entweder die Japaner die Zinsen anheben oder aber diese Währungsgeschichte dreht. Und ich muss ja dann wieder, meine Dollar, muss ich ja wieder in Yen zurückwandeln und muss dann meinen Kredit zurückzahlen. Du kennst das ja als Franken-Mensch, der bei Franken-Krediten aufgenommen hat, kennst du das ja sehr gut. Wenn man in Fremdwährungen einen Kredit aufnimmt, dann kann das auch sehr teuer werden. Und diese Trades sind halt mit einem Schlag nicht mehr attraktiv geworden. Der Yen, der drehte ja schon bevor die Notenbank in der vergangenen Woche die Zinsen auf 0,25 angehoben hat. Das hat sie dann gemacht. Das ist das erste Mal, dass es wirklich mal wieder einen richtigen Zins gab, weil nämlich schon vorab die Notenbank den langfristigen Zins, den 10-jährigen Zins auf über 1 nach oben schießen lassen hat. Und dann dachte man so, öh, was ist denn da? Und dann mussten diese halt abgewickelt werden. Und wenn solche Abwicklungen, wenn dann solche Carry-Trades auf einen Schlag kommen, dann rappelt es halt mal gründlich. Und dann gibt es die Japaner selbst, die ihr Geld im Ausland haben und die sind auf einmal, öh, unser Yen wird teurer, da müssen die ihr Geld auch noch abziehen. Die haben auch wahnsinnig viel Geld im Ausland angelegt, weil die halt Überschüsse haben. Die sind zwar, der Staatshaushalt ist zwar negativ, aber die privaten und die Unternehmen haben halt Überschüsse und die legen sie halt im Ausland an und dann kommt der Carry-Trade, wo die Leute ihre Kredite zurückgeben müssen und dann der japanische Investor, der sein Geld aus dem Ausland noch dazu nimmt und dann hat man halt mit einem Schlag nochmal Monster-Volumen, die dann um die Welt gehen und dann kommt es halt dazu. Aber was für mich aber die Frage war, weil viele haben ja dann gesagt, ja wegen dieser Carry-Trades ist dann die japanische Börse abgeschmiert, ist ja für mich aber in gewisser Weise unlogisch. Wir hatten ja in Japan dann eben den größten Börsenverlust seit dem schwarzen Montag am 1987, an den ich mich noch erinnern kann. Das war mein erster Börsen-Crash, den ich erlebt habe in meiner deutschen Bankaktie damals. Und der japanische Aktienmarkt hat 12,4 Prozent gestern verloren. Also das war dann schon auch ein schwarzer Montag. Den Begriff verdient er wirklich. Und dann wurde ja immer gesagt, ja wegen der Carry-Trades unter anderem. Das macht keinen Sinn. Das macht ja keinen Sinn, weil Carry-Trade ist ja ein, da legst du das Geld definitiv im Ausland an. Das hat vielleicht dazu beigetragen, dass dann nochmal ein paar Apple-Aktien mehr verkauft wurden. Oder dass eben Geld aus US-Staatsanlagen oder aus dem Bitcoin, wo auch immer abgezogen wurde, aus dem Gold. Das macht alles Sinn. Aber jetzt als Begründung für den japanischen Absturz kann es nicht wirklich herhalten. Da glaube ich ist die Hauptursache, dass einfach der Yen angezogen ist. Gerade zum Dollar, weil der Dollar schwächer wurde aufgrund der gesteigerten Zinssenkungsfantasie dann bei den Anleihen angepreist wurde. Aufgrund der Rezessionsängste sind die Anleihen ja zurückgegangen und der Dollar ist gestiegen auch zum Euro und natürlich zum Yen. Und das ist natürlich ein Problem für die japanische Exportwirtschaft. Und deswegen haben wir ja auch gerade exportorientierte Unternehmen wie Autohersteller und dergleichen, aber auch Chip-Hersteller, die da massiv gestern eingebüßt haben, gesehen. Und ich glaube, das war die Hauptursache für die Verluste am Aktienmarkt. Und die Carry-Trades haben natürlich noch mal die weltweiten Turbulenzen an anderen Märkten noch mal wirklich befeuert. Das ist klar. Und wenn da Dinge aufgelöst werden, dann kommt es dann immer zu, ja, dann wird halt aufgelöst. Das ist dann ein Call von der Bank, ein Martian Call und dann, zack, wird entweder glattgestellt direkt oder du wirst aufgefordert, nachzuschießen oder glattzustellen, was auch immer. Und das passiert natürlich dann auch an den Aktienmärkten, wenn es so abrupt nach unten geht, dass dann eben auch Martian Calls aufgelöst werden oder viele Produkte, eben K.O.-Produkte und so weiter aufgelöst werden und andere spekulative Positionen und andere lösen ihre Stop-Loss-Kurse auf. Also das ist dann bei so einem dramatischen Sturz, ist das dann natürlich eine Dynamik, die sich da entfaltet, die dann schwer zu stoppen ist, muss man sagen. Und das sah man ja auch daran, dass beispielsweise, was alles ausverkauft wurde, das ist dann rational überhaupt nicht begründbar. Die Zinsen sind gefallen, das sieht man ja in Deutschland beispielsweise auch, auch die deutschen Anleihen nicht so stark wie die amerikanischen, aber dann müsste ja Vonovia beispielsweise einer der größten Gewinner sein, wenn Zinsen fallen und die waren ja auch mit dem Ausverkauf mit teilweise kräftig mit dem Minus. Also insofern sah man auch. Kommen sogar heute übrigens auch noch unter die Räder wieder oder sind sie jetzt wieder im Plus? Ne, sind im Minus. Die sind heute auch unter den größten Dachs verlieren. Aktuell mit 2,6 Prozent, da liege ich schon wieder auf der Lauer. Ich hatte die letzte Woche tatsächlich mal ein paar Tage vor den Zahlen und die haben ja gute Zahlen gebracht und wollen ja wieder in diesem Jahr von der Verkäufer auf die Käuferseite gehen, sind zuversichtlich, dass sozusagen der Immobilpreis Boden gefunden ist und so weiter und so fort. Also die hatten sich in der letzten Woche gut entwickelt und eigentlich und vor allem auch natürlich mit dieser Hoffnung auf Zinssenkungen in den USA und die sind natürlich ein Zinsplay. Also von daher ich finde es auch total unlogisch, dass Novia Aber daran erkennt man das halt. Dass es halt keine Logik hat. Das ist irrational. Das ist einfach... Genau. Und da kommen die Chancen halt. Aber die Chancen, da kommen wir ja gleich noch zu. Also man kann jetzt in diesem Umfeld, wenn jemand zwangsweise Positionen auflösen muss und das machen ja viele und das ist auch viele Menschen, die jetzt in Technologiewerte vielleicht überinvestiert und jetzt feststellen, oh, ich habe da ein Übergebiet an Technologiewerten. Auch die sind vielleicht gezwungen oder stellen fest, dass es ist und müssen dann halt rausverkaufen. Da kommen halt die Chancen auch dazu. Aber wo kommen wir zu den weiteren Funden. Darf uns aber nochmal die Lehren für Anleger was tun und so weiter nochmal hinten. Vielleicht erklären wir einfach nochmal, weil glaube ich, die Zusammenhänge ist auch wichtig, das nochmal wirklich einfach zu verstehen. Aber wie du sagst, dann kam einfach alles unter die Räder. Wir haben ja dann teilweise gesehen, dass Gold nochmal ein bisschen angezogen ist, aber das wurde dann auch ausverkauft. Silber sowieso, was ja auch immer noch als Industriemetall gilt und dann konjunkturabhängig ist. Und deswegen wurde Silber, kam letzte Woche schon unter Räder, habe ich auch schon meine Bestände geschmissen. Mein CFD-Depot wurde dann auch gefällig quasi, gestern zur Wall Street-Eröffnung, zack, dann wurde es auch liquidiert zum Großen im Ganzen. Das passiert ja dann einfach, wenn du mit solchen Produkten, Hebelprodukten unterwegs bist, dann werden ein Großteil deiner Position, wenn einfach dein Eigenkapital oder eine gewisse Marke insgesamt im Depot fällt, werden fast alle Positionen dann liquidiert. Damit muss man dann leben. Dann verkauft man natürlich teilweise zum Tiefskurs, was natürlich dann schade ist, Schmerzen dann für jedes einzelne Aktienbaby, das ich da verloren habe. Aber gut, das ist das Leid des spekulativen Anlegers. Da will man aber nicht jammern und deswegen sage ich ja auch immer ganz, ganz vorsichtig mit solchen Hebelprodukten. Da kann man wirklich dann einfach wirklich auch auf einen Schlag sein, sein gesamtes Kapital, was man in diesem Produkt, in diesem Bereich, in diesem Depot dann hat, auch schnell verlieren. Also bei mir ist es nicht alles weg, aber es wird halt liquidiert und dann ist dann noch eine Restsumme übrig, mit der kannst du dann wieder ein bisschen auf Restejagd gehen, auf die Resterampe. Das ist gut, genau. Aber wir kommen aus den anderen Gründen, die wir noch haben. Also die eine Sache, du hast ja, wer mit Hebel spekuliert, da können wir gleich noch Menschen erklären, dass es halt in so einem Umfeld ist man dann halt besonders gekniffen, sagen wir mal so. Aber was noch zur... Aber es trägt mir dazu bei, ich wollte es ja nur deswegen erzählen, dass es dazu beiträgt, in so einer Abwärtsdynamik, dass es dann natürlich zu diesen massiven Ausverkauf kommen kommt. Wird der Defner liquidiert. Das ist nicht nur der Defner, sondern ganz viele. Genau, wenn der Defner liquidiert wird, dann zack, jetzt dann gleich mal, obwohl ich in Japan nicht investiert war. Echt nicht? Ja, das haben viele. Und Japan hat ja auch das Minus gehabt, aber weil Japan einer der gelobten Märkte war und da waren viele investiert. Das war ja so. Und alle, die halt wirklich... Ja, und zum ersten Mal wieder die 40.000. Er hat ja zum ersten Mal in diesem Jahr die 40.000 wieder geschafft, seit dem Börsenkrach damals, Ende der 80er ist schon bitter. Und das hat ja lange gedauert, eben diese fast vier Jahrzehnte und dann fällt man jetzt wieder auf einen Schlag dann so stark wie damals 1987. Aber haben ja heute auch wieder aufgeholt. 10,2 Prozent an diesem Dienstag. Dann schön wieder das Plus im Nikkei. Also es ist eine wilde Achterbahnfahrt, die wir da sehen. Genau. Aber du wolltest es noch einen anderen Grund nennen. Wir wollen noch einen anderen Grund. Klar, wir haben natürlich die wahnsinnig hohe Konzentration von Technologiewerten gehabt. Und da war die Welt halt für Perfektion gepreist. Und alle haben gedacht, so jetzt kommen die Zahlen und jetzt müssen die auch wieder beweisen. Und im letzten Quartal war es ja so, also die Zahlen für das erste Quartal, da war ja das Überwiegende wirklich mit sehr, sehr positiven Überraschungen. Und jetzt waren die Überraschungen eher auf der negativen Seite, sagen wir es mal so, oder eben längst nicht mehr so positiv. Und dann gab es halt beispielsweise Microsoft, die Cloud-Sparte, hatte nicht mehr die Wachstumszahlen, die man erhofft hatte. Bei Amazon war der Umsatz nicht mehr so stark, wie man sich erhofft hat. Und bei Intel, gut, da wollen wir gar nicht drüber reden, da war gar nichts, wie es sein sollte. Und dann bricht das halt alles weg. Ja, Intel war schon wirklich der Hammer. Das war schon am Freitag natürlich schon noch einmal ein weiterer Sargnagel, muss man wirklich noch mal ganz, ganz explizit sagen, dass die es einfach nicht auf die Reihe kriegen, irgendwie von diesem KI-Chip-Boom oder vom Chip-Boom insgesamt irgendwie zu profitieren. Und stattdessen jetzt hier wirklich einen Kahlschlag machen. Jede sechste Stelle kürzen. Und wir dachten doch, das ist eine Boom-Branche. Und wir dachten doch, die wollen in Magdeburg eine Chip-Fabrik bauen und geben denen Milliarden dafür. Die ist ja jetzt quasi auch ein bisschen infrage gestellt. Da gibt es noch keine offiziellen Äußerungen. Aber man fragt sich natürlich schon, wenn die auch gerade an Investitionen Milliarden sparen wollen, wird das noch was mit der Chip-Fabrik in Deutschland? Und kriegt der Habeck seine Milliarden-Subventionen dann auch los? Oder muss man die irgendwie anders verwenden dann plötzlich? Ja, das ist wahr. Also das kam dann halt noch dazu. Und dann gibt es halt auch noch so, wie weiß ich nicht, das Google-Kartell-Verfahren kommt dann dazu. Es kommt dann halt, dann gibt es halt, dann gab es bei Nvidia Verzögerungen, bei neuen Chips. Und lauter so kleine Nachrichten, die normalerweise vielleicht mal was ausverkaufen machen, die führen dann halt zu so einem richtigen Ding. Jetzt kommst du noch zum Buffett. Und dann auch noch Meister Warren Buffett, der hatte schon auch seinen Anteil daran. Ich meine, er hat halt mal wieder ein Megatiming bewiesen, muss man sagen, hat im zweiten Quartal die Hälfte seiner riesigen Apple-Positionen verkauft. Also dass es überhaupt zum Markt schon gegangen ist und die Apple-Aktie trotzdem auf neue Allzeithochs gestiegen ist, ist ja fast ein bisschen verwunderlich. Aber er hat es tatsächlich getan und natürlich fragt man sich jetzt, wie in der Bildseite gestandet, was weiß Buffett, was wir nicht wissen. Warum hat er so viele Apple-Aktien losgeschlagen? Wir wissen das nicht. Wir können nur spekulieren. Ich glaube, es hat auch ein bisschen mit China zu tun, weil er hat zuletzt auch seinen BYD-Anteil fast komplett verkauft. Schon jetzt über den letzten, ich glaube in den letzten Jahren schon begonnen. Unter 5% mittlerweile gedrückt. Und Apple ist ja nun auch sehr abhängig von China in der Lieferkette. Von Foxconn vor allem, seinem Zulieferer, der hauptsächlich in China produziert. Und vielleicht hat er einfach da wirklich Sorgen, dass es hierzu eben beim geopolitischen Konflikt mit Taiwan oder was auch immer kommen könnte. Oder eben zu höheren Zöllen unter Trump und hier bei einem Handelskrieg, der einfach da auch Apple trifft. Wäre jetzt eine Vermutung, dass es sich da so ein bisschen resistenter aufstellen will und resilienter. Und einfach, er hatte ja so einen großen, Apple war ja zeitweise fast die Hälfte seines Aktienportfolios, das er hatte neben seinen anderen Unternehmen und dass er das zumindest reduzieren wollte. Kann ein Grund sein, aber er hat natürlich jetzt einen riesigen Cashberg. 277 Milliarden, das ist ein Drittel der Market Cap von Berkshire Hathaway hat er jetzt als Cash rumliegen. Und das wird natürlich, wenn die Zinsen sinken, auch nicht unbedingt attraktiver dann, die Sache da zu haben. Aber ich weiß halt nicht, ob der Buffett wirklich so viel mehr weiß oder ob er einfach sagt, ich mag keine Klumpen. Das ist ja ein sehr großer Diversifizierungsfreund. Und der soll ja angeblich auch Microsoft-Chef Bill Gates mal getroffen haben und ihm gesagt haben, weißt du, Bill, du hast so ein bisschen ein Microsoft-Klumpen-Risiko. Und deswegen hat ja Bill Gates dann auch diversifiziert, was eben am Ende jetzt natürlich negativ war, weil Microsoft viel besser gelaufen ist als all die anderen Sachen, in die er diversifiziert hat. Und er wäre jetzt viel reicher, er wäre der reichste Mensch der Welt, wenn er denn die Position behalten hätte. Aber vielleicht ist es einfach nur Diversifikation. Ja gut, aber lange hat es ihn ja nicht gestört. Haben ihn ja dieser Klumpen nicht gestört, hat er jetzt wirklich lange gehabt. Ja gut, weil Apple so stark gestiegen ist im Vergleich zu den anderen. Wenn du mal kookst, er hat ja irgendwie Bank of America, er hat Coca-Cola, er hat Moody's, und die sind ja alle längst so stark gestiegen wie Apple. Und die Apple ist natürlich, im letzten Quartal hat er schon ein bisschen was verkleinert, und jetzt hat er nochmal richtig stark verkleinert. Oder er sieht halt große Chancen auf den Markt zukommen und denkt sich so, wo schaffe ich Liquidität? Auch das kann ja ein Grund sein, dass du sagst, ey, ich will mal nochmal was richtig Großes machen, was wirklich vielleicht mein Lebenswerk nochmal krönt, bevor ich sterbe, nochmal was richtig, weiß ich nicht, was er da im Blick hat. Und er denkt sich so, was verkaufe ich dann? Dann nimmt es natürlich das, was am besten gelaufen ist, wo du die größten Gewinn drauf hast und wo auch ein gewisses Risiko drin ist. Also man kann nicht in den Kopf von dem Mann gucken. Bisher hat er ja schon immer gesagt, er weiß nicht, was er mit seinem Geld anfangen soll, weil er natürlich mit so großen Beträgen kann man ja auch nicht einfach irgendwas kaufen, irgendeine Aktie, sondern entweder du kaufst wirklich ganze Unternehmen, da hat er ja schon immer gesagt, dass es quasi keine Kaufgelegenheit findet, weil er natürlich auch genau auf Bewertungen achtet. Also möglicherweise rechnet er schon auch jetzt mit einem größeren Crash und einem größeren Einbruch und da war er ja dann immer zur Stelle, wir erinnern uns an die Finanzkrise, wo er dann wirklich auf Schnäppchenjagd gegangen ist und irgendwie auch den Banken ausgeholfen hat mit Liquidität zu seinen Bedingungen. Das stimmt, aber das gab es ja nicht mehr, seitdem die Notenbank eingesprungen ist und das hat man bei Corona ja gesehen, da gab es auch einen Crash und da war ja die Notenbank zur Stelle und da konnte er überhaupt nicht mehr sein Geld einsetzen. Insofern, ich weiß es nicht. Gut, aber er könnte natürlich günstig Aktien einsammeln. Dann, wenn es zu einem wirklichen Absturz kommt und dass er die Märkte für überbewertet hält, das hat er ja schon immer wieder auch wieder, auch bei der Hauptversammlung schon so grundgetan. Ja, aber wie gesagt, kann nur spekulieren. Die Frage ist natürlich, die ja viele stellen, soll ich jetzt mal eine Apple-Aktie auch verkaufen? Oder ist das jetzt gestern, hat sie ja zeitweise 10 Prozent verloren? Zwischenzeitlich dann am Ende nur so 5 Prozent in etwa? Was würdest du sagen? Ich finde, wenn ich jetzt, was ja die Krise ja lehrt, ist ja, ich gucke mein Portfolio an und frage mich, ist das schön ausbalanciert? Und deswegen bin ich auch so locker und kann mir sagen, so ja, meins ist okay, ich habe da kein Problem mit. Und wenn ich jetzt ein Apple-Übergewicht hätte, ein wahnsinniges, und mein Portfolio nur aus Apple bestünde, würde ich mir da auch Gedanken machen. Aber hätte ich jetzt, weiß ich nicht, ein normales Portfolio und finde aber Apple noch geil, dann würde ich die trotzdem, weiß ich nicht, behalten. Aber wenn es natürlich jetzt ein Klumpenrisiko gibt, dann hätte ich da vielleicht auch Handlungsbedarf. Das ist die Sache. Und ich habe mir mal den Buffett-Indikator angeguckt. Der Buffett-Indikator ist ja immer, wenn die Market Cap über die Wirtschaftsleistung des jeweiligen Landes geht. Und wenn man das mal sich anguckt, den Buffett-Indikator für Amerika, dann liegt der bei 203. Was daran liegt natürlich, dass amerikanische Aktien so wahnsinnig teuer sind und Amerika das gelobte Land für Aktien ist und deswegen natürlich immer schon die Market Cap leicht über dem Bruttoinlandsprodukt liegt. Aber es ist mittlerweile auf 203 Prozent gestiegen. Und das war aber auch schon 2021, vor dem letzten Einbruch, war das sogar auf 250 und ist jetzt wieder leicht gefallen. Wenn man jetzt mal den weltweiten Buffett-Indikator angeguckt, man kann ja auch sagen, ich nehme die weltweite Börsen. Marktkapitalisierung und setze das mal ins Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt, dann hätte man da den Buffett-Indikator bei, und jetzt guck mal, was hier das Wunderbare, ich habe die nämlich mal ausgerechnet, da sind wir bei 108 nur noch. Also es ist deutlich gefallen wieder. Weil wir eben jetzt sieben Billionen auch weggeschreddert haben und es ist ja klar, es wird ja nicht Wirtschaftsleistung mit weggeschreddert, sondern das kommt natürlich der Bewertung dann zugute. Und wenn man sagt, bei 108, dann ist der Gesamtmarkt, wenn man es jetzt weltweit anguckt, nicht mehr so wahnsinnig überbewertet. Und das war 2021 beispielsweise bei 140. Und da sieht man, dass natürlich das Abwärtspotenzial nicht mehr so groß ist. Und das muss ja auch Buffett sehen, diese Zahlen. Also insofern, wir sind jetzt nicht brutal überwertet, wir sind überbewertet und es gibt natürlich in einigen Regionen des Marktes Überbewertung, aber ich finde, wenn man den Gesamtmarkt anguckt, halte ich das jetzt nicht für brutal überwertet, sondern einfach nur stolz bewertet, würde ich es mal nennen. Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt, was der Buffett dann so kaufen wird. Aber zu Apple wollte ich noch sagen, also die waren jetzt eine der wenigen Tech-Werte, die mit ihren Zahlen letzte Woche positiv überrascht haben. Eben im Gegensatz zu Microsoft, Amazon und vor allem Intel. und Apple hat ja zwar auch rückläufige iPhone-Verkaufszahlen nochmal gehabt, aber die waren doch sehr, sehr milde, nur noch die Rückgänge und eben besser als erwartet waren die Verkäufe, weil jetzt auch das iPhone 15 Plus sich nochmal besser verkauft, weil das ist ja das einzige Gerät und das Plus Max, mit dem man dann künftig dann die Apple Intelligence nutzen kann und dann natürlich die kommenden iPhones also iPhone 16 wahrscheinlich dann, das dann im September vorgestellt wird und ich habe es ja damals schon gesagt, ich glaube, also wir beide haben ja noch so ein olles iPhone, dass wir schon so Kandidaten sind, die dann sagen, das ist jetzt mal wieder ein Anreiz, um sich ein neues iPhone zu holen. Da hat man jetzt mal wieder echt einen Mehrwert, weil bisher war es einfach immer die Kamera so ein bisschen besser und pö, aber es war jetzt nicht so, solange der Akku hielt, dann behältst du das Ding und ich glaube, das ist jetzt, da kommt jetzt wirklich schon mal wieder so ein neuer Produktzyklus in Gang. Ich glaube, dass das schon der, und das zeigen schon die Zahlen, finde ich, zum zweiten Quartal und das wird sich natürlich dann im Rest des Jahres, glaube ich, schon nochmal verstetigen. Natürlich ist wieder auch die Sorge da, wenn es in Amerika schwächelt, dann spart man da auch wieder und so weiter. Das glaube ich nicht. Du glaubst, du wirst nicht am iPhone, du wirst nicht sparen an deinem Smartphone, das glaube ich nicht. Das ist so ein Status im Pool mittlerweile auch. Genau. Also da, er hat noch den Starbucks-Kaffee regelmäßig so ungefähr. Und wenn du ein neues iPhone brauchst, du wirst nicht jetzt plötzlich, wenn du Apple-Nutzer bist und die gerade in Amerika sind, wechselst du nicht zum Chinesen und in Amerika schon gleich gar nicht. Und in China ist es natürlich schwieriger, da sind sie ja nicht mehr weiter, gerade nur noch in den Top 5, aber da haben die Chinesen natürlich ganz schön abgehängt. Aber im Rest der westlichen Welt, glaube ich, da ist schon einfach das iPhone noch und wer einfach Apple jünger ist, das haben wir ja auch mal gelernt, dass Buffett damals gesagt hat, das sind extrem klebrige Produkte. Also wenn du einmal drin bist und da deine Cloud hast und deine Fotos und deine Apple-Musik, da kannst du ja eigentlich gar nicht mehr weg. Also von daher wirst du dir auch immer wieder mal ein neues iPhone holen und die Dienste auch schön fleißig weiter bezahlen. Also ich glaube, da braucht man sich um die Apple-Aktie keine großen Sorgen machen. Zumindest die iPads ja sich auch sogar wieder verkaufen. Das ist bloß noch mal ein kleiner Exkurs zu Apple, weil wir gerade bei Buffett waren, aber wir wollen natürlich noch mal zum großen ganzen Bild weiterkommen. Also Big Tech-Schwäche war schon ein Grund dafür und eben, dass KI-Investitionen und Ausgaben schon jetzt mehr hinterfragt werden. Ausgaben noch nicht. Also die Ausgaben waren ja noch, Microsoft und Google haben ja in ihrem Zahlenreigen ja noch mal gesagt, dass sie die CapEx, also die Investitionen insbesondere auch in Rechenzentren und so weiter ausbauen wollen. Und da war, da glaube ich schon, vielleicht, weiß ich nicht, wer jetzt, vielleicht machen andere, müssen ihre Ausgaben zurückfahren. Aber das war noch nicht die Sache. Die Frage war nur, dass dann die, die, die Leute gefragt haben, wird sich das mal auszahlen und wären überhaupt die Leute dann so viele, von den Investoren hinterfragt. Genau, von den Investoren hinterfragt. Und ein Punkt war ja zum Beispiel auch bei den Amazon-Zahlen, dass sie gesagt haben, ja wir rechnen jetzt, da war es ja vor allem der Ausblick, der enttäuscht hat, sowohl im Online-Handel wie aber auch in der Cloud-Sparte, weil sie damit rechnen, dass die Unternehmen auch vorsichtiger werden mit der Cloud und auch, weil sie sagen, die werden auch vorsichtiger möglicherweise mit ihren KI-Investitionen. Und wofür sie ja eine Cloud bräuchten. Also das hängt da auch so ein bisschen zusammen. Also da ist immer wieder auch mal ein bisschen vorsichtig. Es gab aber auch eben gute Überraschungen letzte Woche AMD zum Beispiel, die gepunktet haben mit ihren KI-Chips. Also da gibt es wirklich Gewinner, Verlierer, Spreu und Weizen, die sich trennen. Und das hat man im Big-Tech-Bereich gesehen. Und deswegen kam natürlich Big-Tech auch so besonders unter die Räder. Ja, vor allem auch die Halbleiterwerte. Wenn man den Socks sich angeguckt hat, der ist ja seit diesem 10. Juli um 23 Prozent gefallen. Also das war wirklich schon heftig. Und da gab es einzelne Unternehmen, die wahnsinnig gefallen sind, wie Arm oder Micron oder sonst wie. Ich habe mir ein paar Arm-Aktien gekauft, muss ich gestehen. Als es am Montag unter 100 ging, dachte ich mir so, nee, unter 100, das wollte ich immer schon mal haben. Die war ja schon bei 180. Und dann habe ich mir ein paar Arm-Aktien gekauft. Einfach so aus Spaß an der Freude. Und vielleicht bin ich da viel zu früh dran und vielleicht ist mein Optimismus fast Halbleiter und der neue Rohstoff für für die KI, fürs KI-Zeitalter. Vielleicht bin ich jetzt so optimistisch, aber ich finde, da glaube ich, das war mir zu stark abverkauft worden. Lieber Arm dran als Arm ab. Ja, siehst du. Oder lieber Arm im Portfolio oder keine Ahnung. Da habe ich jetzt ein paar Aktien davon. Arm dran im Sinne von Arm im Portfolio. Ich habe tatsächlich ein kleines Auge auf Intel geworfen. Ich bin ja der große Schnäppchenjäger. Ich weiß auch nicht, es gibt fundamental wenig Gründe dafür, aber nur der Gedanke, vielleicht kriegen sie doch irgendwann die Kurve. Und die wollen ja auch auftragsfertiger werden und machen jetzt einen Sparkurs. Kann natürlich auch helfen. Und die Aktie ist natürlich so abgestraft worden. Und da muss doch auch noch ein bisschen Rest-Know-how da sein, dass man irgendwie auch so ein KI-Chip bauen kann. Also AMD hat es ja auch geschafft. Die zeigen ja, dass man sowas hinkriegen kann. Und ich glaube, dann hätten natürlich die Intel-Aktie dann auch wieder deutliches Aufholpotenzial. Weil die so extrem verprügelt ist jetzt mittlerweile natürlich. Also die hat er an diesem Montag auch nochmal verloren. Christ für 20 Dollar. Christ für 20 Dollar kannst du dich kaufen. Bitte. Und noch ein All dazu. Gebe ich dir eine Intel-Aktie und du kriegst noch All dazu. Heuer All. Wahnsinn. Das ist schon, das ist schon, Schreckengeschichte. Wobei die Analysten haben zwar ihre Kursziele alle runtergenommen, aber wenn man das durchschnittliche Kursziele sich anschaut, dann liegt das bei 26,72. Also ungefähr ein Drittel könnte man gewinnen, wenn denn da irgendwie nochmal wieder was nach oben geht. Aber da finde ich arm spannender als Intel. Intel ist so ein Hoffnungswert. Natürlich, von dem ich überhaupt nicht weiß, aber die sind ja viel anders bewertet. Da weiß ich halt nicht, ob die es irgendwann schaffen. Da kann man sagen, das ist Hoffnung. Und ich finde bei Arm ist es, weiß ich nicht, da hatte ich schon mehr als Hoffnung, dass sie halt einer der Designer sind fürs KI-Zeitalter. Und deswegen dachte ich, ist das wahr. Er hat nicht Apple sogar jetzt quasi stark auf Arm gesetzt auch für die Handys, glaube ich. Also habe ich jetzt bloß nie mehr gehört. Also Apple wollte sich von Google andere Chips zuliefern lassen und jetzt weiß ich nicht, ob die dann designt sind von Arm. Das kann natürlich sein, die sind ja so ein klassischer Chip-Designer. Invidia wollte die ja kaufen, das ist dann von den Kartellbehörden verboten worden und insofern ja. mal sehen, was der armen Mann macht. Aber ich fand, das war einfach so billig geworden und bin immerhin schon 10% im Plus jetzt, was auch schon was wert. Oh wow. Das ist natürlich, wenn gestern Mut die zugegriffen hat, ich falle im Messer direkt zum Anfang, zack, konnte mal schnell, ja das war natürlich klar, da wo alle quasi aufgelöst wurden. Jetzt haben wir die Gründe einmal durch die Exzessive oder gibt es noch weitere Gründe, die du ausgemacht hast, warum mir was gefallen ist. Ich glaube, das war es. Ist das ein einzig, was halt toll ist? Einen haben wir natürlich noch, Nahost haben wir noch als großes geopolitisches Risiko, das sich natürlich jetzt seit letzter Woche, seit dem Israel, jetzt hier, Hezbollah und Hamas Führer liquidiert hat. Aber wie genial, jetzt warten wir alle auf die Rache des Iran. Wie gut ist der Mossad, du musst dir das wirklich überlegen. Also der Mossad hatte ja wirklich diese Nummer in Teheran, das war Respekt, muss man sagen. Du hast die Bomben rechtzeitig eingeschwungelt. Es geht um Menschenleben und so weiter, aber ja, Wochen vorher, aber ja, da finde ich auch, es sind Terroristen hier und da muss man jetzt auch mal, wenn man so gezielt dann das machen kann, ohne dass man wirklich dann Zivilisten mit Leidenschaft zieht, das ist schon Respekt, also das ist schon, aber nichtsdestotrotz ist es halt ein weiterer Eskalationsfunke nochmal und der halt, ja, wieder die Gefahr in sich birgt, dass jetzt Iran wieder zurück schlägt. Und der Iran ist gedemütigt worden, aber richtig, aber richtig. Also wenn du das hast, das ist dein Gast und das Ding ist, das Gästehaus ist von dir überwacht und dann kommst du da unter, um den neuen Präsidenten zu feiern und dann auf einmal passiert hier das, das ist schon. Ja, aber auf jeden Fall, das ist ein Risiko, das im Markt ist und der Ölpreis hat es mal zeitweise dann auch wieder gespiegelt, aber jetzt natürlich mit den Konjunktursorgen, die haben dann überwogen, haben den Ölpreis wieder runtergedrückt. Wenn man sich dagegen absichern will, kann man sicherlich so ein bisschen auf den Ölpreis setzen, aber wir haben ja auch gesehen, dass dann, wann war es im April, der erste Angriff des Iran damals, dieser Großangriff auf Israel, der dann doch abgefangen ist und glimpflich ausgegangen ist, nicht zu einer weiteren Eskalation damals geführt hat und auch dann die Märkte wieder ganz schnell beruhigt hat, kann natürlich diesmal auch wieder passieren, weil auch die Vereinigten Staaten natürlich sehr beruhigend wirken und an einem ganz großen Konflikt im Nahen Osten keiner Interesse haben kann, auch nicht der Iran. Aber das ist auf jeden Fall ein Risiko, das momentan da ist, zumindest kurzfristig auch nochmal für weitere Schockwellen sorgen kann an den Märkten. Das muss man einfach mit im Kalkül haben. Und dann haben wir halt insgesamt, das vielleicht muss man auch noch so ein bisschen mal Portfolio-Theorie erklären. Also nehmen wir jetzt mal an, jahrelang war ja die Volatilität wahnsinnig niedrig in den Märkten. Und wenn ich jetzt ein großer Portfolio-Manager bin, dann muss ich ja mein Risiko managen. Und je geringer die Volatilität ist, Volatilität heißt immer Risiko, wenn ich jetzt mein Modell nach Value-at-Risk manage und sage, wie hoch ist das Risiko, dann muss ich mal gucken, wie hoch ist die Volatilität. Und dann kann ich halt meinen Aktienanteil immer stärker erhöhen. Und wenn dann auf einmal die Volatilität nach oben springt und das langfristig macht, jetzt ist es natürlich kurzfristig nach oben gestiegen, aber man weiß jetzt nicht, ob das jetzt ein langfristiger Episode, längerfristiger Episode mit höherer Volatilität ist, dann habe ich halt nicht mehr so ein hohes Risikobudget. Und dann muss ich verkaufen, egal ob die Aktien schon gefallen sind oder nicht. Und dann ist vielleicht eine Aktie, hatte, weiß ich nicht, vor dem Einbruch ein KGV von 50 und dann ist sie nach dem Einbruch hat sie vielleicht ein KGV von 40. Aber selbst das KGV von 40 ist dann, weil es mit einer höheren Volatilität einhergeht, dann als riskanteres Ding als damals mit niedrigerer Volatilität mit KGV 50. Und so kann es eben auch nochmal passieren, dass diese ganzen Portfolio-Geschichten, dass da noch was abverkauft werden muss, weil einfach die Risikobudgets nicht mehr da sind. Und diese Risiken muss man immer noch sehen, dann nützt es nichts, wenn man sagt, aber die Märkte sind noch viel günstiger, wenn das halt mit einer Volatilität einhergeht, ist es halt nicht mehr günstiger. Aber man muss ja immer, das sind immer zwei Sachen, einmal die Bewertung, einmal die Volatilität, das Risiko und das spielt zusammen und so kann es eben noch kommen. Und deswegen glaube ich auch, dass dieser Sommer-Ausverkaufs-Geschichte noch nicht ganz ausgespuckt ist. Weil ich glaube schon noch, dass da noch mehr abgebaut werden muss und was mir auch noch aufgefallen ist, wenn man sich mal anguckt, die ETFs in Amerika, da gibt es ja gehebelte ETFs und wenn man da mal schaut, was ist auf Long und was geht auf Short, also inverse ETFs, sieht man immer noch, dass die Bullen da noch die Oberhand haben und immer noch mehr gehebelte Long-ETFs über den Tresen gehen. Und auch das ist für mich doch kein Risiko, dass da Kapitulation eingetreten ist und da könnte ich mir auch vorstellen, dass da noch ein paar, ja, ein bisschen Ausverkauf passieren könnte und insofern ist das, die Sachen muss man immer noch mit im Hinterkopf haben, wenn man sich mal die ganze Marktlage anguckt, dass es da immer noch große institutionelle Anleger gibt, die nach anderen Metriken den Markt sich angucken und die anders handeln müssen als unser eins, der dann vielleicht sagt, oh, KGV von 40 sieht schon schön aus, wenn du aber das eben mit höheren Risiken und Volatilität einhergehst, dann ist es halt auch nicht viel besser. Also das würde ich noch dazu addieren zum, zur ganzen Gemengelage, weil wir einfach sehen, nach so langer, nach so langer niedriger Volatilität und das kann man immer sehr schön angucken, sich entweder in Deutschland beim VDAX oder beim WIX, das ist der, der für eine SOP 500 sieht man halt wie niedrig, dass, dann sind die Leute halt so eingeschläfert und können immer höhere Risiken eingehen und machen das dann auch, bis dann halt irgendwann die Volatilität hochgeht und man dann gezwungen ist irgendwie Positionen auch deswegen mit klarzustellen, weil die Risikobudgets nicht mehr stimmen. Ja, darauf hat ja der Gäste letzte Woche auch hingewiesen, dass auch gerade die Blauäugigkeit gerade unter großen Investoren da groß ist, dass die sehr wenig abgesichert sind und so weiter und man kann es wirklich, glaube ich, gut vergleichen mit einem schön langen Sommer und man hat irgendwie gar nicht mehr im Blick, nein, das ist nicht so ein Regensommer wie dieses Jahr, wo es jeden Tag regnet, aber jeden zweiten, sondern so richtig schön Wetterphase, man richtet sich überhaupt nicht mehr drauf ein, hat nirgends mehr an Regenschirm und lässt nachts die Fenster offen und so weiter und plötzlich kommt ein wirklich so heftiges Gewitter und was sich richtig was zusammengebraut hat und dieses Gewitter haben wir jetzt erlebt und dann ist natürlich erstmal vieles bereinigt, weil auch vieles ausverkauft wurde, viele ausgestoppt wurden und auch die Stimmung natürlich auch wieder abgekühlt ist, sieht man sehr schön am 4-and-Greed-Index, der ist jetzt auch auf einen Schlag wieder in extreme Angst zu Extreme 4 gefallen, 16 Punkte nur noch auf das Grader von 0 bis 100, bei 100 ist ja Extreme Greed und war ja lange zuletzt war er noch neutral, aber er war ja lange in diesem überhitzten Bereich mit Gier und extremer Gier teilweise unterwegs und da ist auf jeden Fall schon mal eine Abkühlung, Ernüchterung eingetreten, ja, das ist schon mal gut, weil Warren Buffett sagt ja immer, kaufe, wenn die anderen ängstlich werden, ja, oder so ähnlich, und werde ängstlich, wenn die anderen gierig werden und das ist natürlich dieses Eingetreten, also diese Stimmung sowohl bei privaten wie institutionellen, die war schon sehr, sehr gut und vor allem Leuten, die natürlich dann im Big-Tech-Sektor unterwegs waren. Und jetzt fragt ihr euch natürlich, das ist natürlich immer die Frage von solchen Krisen, was sind so die Lehren, die man aus so einer Sache ziehen kann? Also eine Lehre, die man auf jeden Fall immer ziehen kann, ist solche Ausverkäufe, Krisen oder wie auch immer, wie lange sie auch immer anhalten mögen, wir wissen es ja noch nicht, wie lange das jetzt anhält, die kommen meistens ruckartig und brutal über die Welt. Und wenn man mit seinem Portfolio nicht gut aufgestellt ist, dann kann man, wenn man in der Krise ist, in der Regel nicht mehr ordentlich reagieren. Also dann hat man halt, dann muss man eher die Lehre ziehen und muss sagen, okay, war nicht gut diversifiziert. Und deswegen ist Regel Nummer eins ist einfach, wer wirklich diversifiziert anliegt, so wie wir das immer predigen. Also wer seine Basis-Investment hat und wer das immer stur gemacht hat und wer jetzt auch in den letzten Wochen vielleicht mal ein paar Gewinne mitgenommen hat. So haben wir ja auch, weiß ich nicht, bei Nvidia habe ich ja damals gesagt, als es das wertvollste Unternehmen der Welt war, da habe ich mal ein Drittel der Positionen verkauft und bei anderen Tech-Werten habe ich auch mal ein bisschen was weggenommen. Du hast ja auch die Regel gehabt, dass man, wenn was sich verdoppelt hat, mal was mitnehmen, da hat man ja auch ein bisschen Cash da und wenn man das hat und diese Krise reingeht, dann kann man da ganz anders auf eine Krise gucken, als wenn man irgendwie feststellt, dass die Krise einem komplett das Portfolio zerbröselt und man auch überhaupt keinen Handlungsspielraum mehr hat. Klar, bei jedem im Portfolio wird natürlich der Portfoliowert gesunken sein, aber das ist halt normale Börse. Das ist halt auch mal was, dass auch mal was fällt und dass man auch mal weniger Wert dann da hat, wenn man in sein Portfolio reinkommt. Aber wenn man diversifiziert reingegangen ist und mit einer kleinen Cashquote, dann ist man handlungsfähig und das ist einfach die Grundidee und die sollte man immer haben. Und klar, ich habe auch einen dreifach gehebelten Nasdaq, Nasdaq 100 ETF dabei. Klar hat es den auch zur Brösel, der war 30 Prozent im Plus, der ist ja 30 Prozent im Minus. Das ist aber meine Position, das weiß ich, dass es so ist oder ich bin, ich habe ja auch einen Anteil an Bitcoin oder ich habe ja auch noch einen Sparparnetz für Ethereum und für Solana. Das weiß ich ja, dass es passiert und das ist ja nicht meine sichere Komponente, das ist ja nur zusätzlich da. Klar kann ich jetzt sagen, der Bitcoin hat jetzt nicht mehr das Portfolio stabilisiert, sondern hat noch dazu beigetragen, dass es in Europa zugeht. Ist nicht das digitale Gold? Zumindest, das hast du auf jeden Fall auch gemacht, aber ich bin jetzt nicht, das ist für mich jetzt kein, ich habe jetzt keinen Schmerz da. Aber vielleicht trotzdem noch einen Satz zum Bitcoin, also ich finde, er hat einmal mehr bewiesen, dass er eben ein Zockerobjekt ist, aber kein Währungsersatz oder kein Wertspeicher oder was auch immer, hat über das Wochenende 20 Prozent verloren zeitweise. Habt ihr vorher auch 20 Prozent gewonnen? Ich meine, als volatiles Objekt wunderbar, wie gesagt, ich habe ja auch zockige Aktien, das muss einem bloß klar sein, bloß wenn man das immer verkauft, das digitales Gold und das neue Geld und Geldwertstabilität mit Bitcoin, also bitte, welche Währung verliert über das Wochenende 20 Prozent, das ist es nicht, ja. Es ist eine Zockerwährung und damit kann man wunderbar spekulieren, auch mal schnelle Gewinne machen, aber auch schnelle Verluste, das muss einem klar sein. Ich bin ja, gut, jetzt hast du ja gesehen, der Trump hat ja gesagt, er will ja sogar die Wiesenreserven in Bitcoin aufbauen. Also siehst, der will das ja anders machen als die Sachsen, die ihren Schatz verkauft haben. Der will der Pro-Bitcoin-Präsident werden, ja, ja, genau. Aber er will erst mal nichts dazukaufen, er will nichts verkaufen, war da so. Genau, anders als die Sachsen das gemacht haben. Jetzt im Nachhinein, jetzt wollte ich sagen, bei 50.000 waren die Sachsen doch clever, bei 70.000 waren sie nicht clever. Also die Clever, das zeigt sich dann immer erst im Nachhinein. Ja, aber das ist, wenn du es behältst, ist es Spekulation. So ist es. Und wenn du es einfach verkaufst, über verschiedene Branchen, wie du einen Sparplan ansparst, ist es dann ein Verkaufsplan und du sagst einfach vorher festgelegt, wir verkaufen jeden Tag, egal wie der Kurs ist. Wer soll das denn entscheiden, zu welchem Kurs in Bitcoin und wie gut oder schlecht bewertet ist? Ja, da gibt es keine faire Bewertung. Apropos Trump, gerade die Einmeldungen kommen wir auch noch mit reinnehmen. Kamala Harris hat nach Medienberichten Tim Walz als ihren Vizekandidaten für den US-Präsidentschaftswahl. Ich hätte ja George Shapiro genommen. Das hätte ich ja lieber genommen als... Gouverneur von Minnesota. Ja. Tim Walz sagt mir jetzt auch wenig, ehrlich gesagt. Minnesota ist es, es müsste dann aber ein State sein, wo gebettelt wird, um die, ich weiß nicht, wie viele, wir müssen jetzt mal gucken, wie viele Wahlmänner da zu holen sind, um da mal festzustellen, dass... Nein, wir müssen jetzt nicht vertiefen, aber wir haben es jetzt mit drin. Aber es wird dann natürlich noch von politischen Analysten dann ausführlich bewertet. Das ist ja nicht unsere Aufgabe hier. Aber wir haben es einfach mit drin, weil das natürlich auch eines der marktbewegenden Ereignisse in diesem Jahr auf jeden Fall ist. Und sie liegt bei Predicted, liegt sie noch leicht im Plus. Harris, also die Quoten für Harris liegen leicht vor den, vor Trump. Seitdem die Meldung mit Tim Walz raus ist, hat sich das wieder ein bisschen verschoben. Da sind sie fast Kopf an Kopf. Aber auf jeden Fall hat sie auf jeden Fall am Anfang mal einen gewissen Schub bekommen. Aber zurück zu den Lehren nochmal. Genau, wie du sagst, alles, was Basisportfolio ist, was langfristig ist, ist wirklich dafür da, dass man es eben langfristig auch dann nicht anfasst. Also gerade die ETF-Sparpläne, die ETF-Investments. Und da darf man auf keinen Fall nervös werden und sagen, oh Gott, ich muss jetzt verkaufen an diesem Montag, weil irgendwie hier alles dynamisch fällt. Und das sollte man auf keinen Fall tun, weil gerade an diesem Montag konnte es dann natürlich passieren, dass man im Tief verkauft hat. Der DAX war ja auch im Tief bei 3,6 Prozent, hat dann schon wieder bloß nur noch 1,8 Prozent im Minus geschlossen. Und wenn man einen schlechten Zeitpunkt erwischt, dann verkauft man im Tief und kommt nicht mehr wieder rein. Also zum einen, da kann ich jetzt mal ein bisschen traden mit einem Basisportfolio. Das sollte man vermeiden. Wer Trader ist oder ein bisschen ein kleines Trading-Portfolio hat, ein bisschen Spielgeld zum Spielen, der sollte sowieso ganz anders, aktiver sein. Der sollte mit Stop-Loss, das haben wir ja gerade auch letzte Woche, kann man sich nochmal anhören bei Reza Darius Montazee und seine Trading-Erfahrung, der wirklich ja das professionell macht seit fünf Jahren, wie man da dann wirklich auch ganz nah am Markt sein muss und mit ganz engen Stops arbeiten muss. Ja, weil da bist du, das hat dich zerrissen. Also wenn du jetzt Trader gewesen bist, du machst jeden Tag so, weiß ich nicht, ich mache jeden Tag einen Hunni-Gewinn und dann kommt so ein Tag und du bist an dem Tag falsch positioniert. Hast du an dem Tag 1.000 verloren, dann hast du zehn Tage weg oder zehn Tage Gewinn weg. Also ich will kein Trader sein, der sein Geld alleine mit Anlage verdient. Ja, genau. Und deswegen sagt man ja immer, langfristig verdienen die Trader kein Geld. Das ist die meisten nicht. Vor allem, wenn sie ihr Risikomanagement nicht im Griff haben und was ja dann immer wirklich sehr, sehr gefährlich ist, weil man da einfach doch immer gieriger wird und seine eigentlichen Regeln. Also muss man wirklich sehr, sehr konsequent sein und sich ganz konsequent an seine Regeln halten. Das nur, wir sind ja ja kein Trading-Podcast, deswegen nur das am Rande. Und wie gesagt, alle anderen, wenn ich auch, können dem gelassen zusehen und wenn sie noch ein bisschen Cash auf der Hand haben, dann kann man ja in den Tagen mal ein bisschen gucken, da zu investieren, muss auch nicht alles auf einmal, sondern da lieber eben, oder wenn man jetzt sagt, ich habe jetzt eigentlich eine größere Summe, soll ich jetzt schon reingehen? Da gilt dann wieder so eine Regel, mach es mit einem Sparplan über ein paar Monate oder mindestens gedrittelt, würde ich sagen. Und ich finde schon, dass man mit einem Drittel jetzt schon reingehen kann und gestern zum Beispiel und dann einfach nochmal abwartet, wie es weitergeht und wenn es weitere Turbulenzen gibt, dann nimmt man das nächste Drittel. Und mit einem anderen Drittel würde ich dann auf jeden Fall bis nach den US-Wahlen warten, weil das wird auf jeden Fall nochmal für Volatilität sorgen, egal wie die Entscheidung nach ausfällt. Und ja, das glaube ich, ist auch eine weitere wichtige Lehre, aber Ruhe bewahren und nicht in Panik. Gier und Panik sind die schlechtesten Ratgeber an der Börse. Man kann es immer wieder nur sagen, das gilt für Gier, wenn es nach oben geht, ins berühmte FOMO und es gilt für die Panik, wenn es nach unten geht. Und wenn man es nicht ertragen kann, dann einfach nicht ins Depot schauen. Das hilft dann auch. Lieber im Urlaub raus aufs Meer schauen. Genau, das ist ja meine Strategie gewesen, wenn man nicht im Urlaub ist, irgendwo anders hin. Und die zweite Frage, die man sich stellen muss und dann, wenn man jetzt überlegt, ist es jetzt eine Blase, die geplatzt ist oder ist es eine Korrektur, die stattfindet? Und dann ist es das Schöne immer, dass man Erfahrungen, wenn man halt schon verschiedene Crashes erlebt hat und sich halt fragt, ist jetzt einfach ein Kartenhaus zusammengefallen, wo Leute nur mit Hoffnung gedealt haben oder ist da wirklich was Substantielles mit drunter? Und wenn man sich, wenn man auf einen Trend setzt und ich bin ja einer, der auf KI setzt, das ist natürlich immer nach einem Hype-Cycle. Am Anfang wird immer die Hoffnungen sind überspitzt und da ist am Anfang immer zu viel Hoffnung drin, aber langfristig unterschätzt man solche Zyklen meistens bei ganz vielen so Trends. Und wenn ich sage, mein Trend, auf den ich gesetzt habe, der ist weiter intakt und die Kurse fallen, dann kann es ja sogar eine Chance sein, dann auf der einen oder anderen Seite mal was rauszusuchen, wie beispielsweise, wie ich es bei ARM gemacht habe, weil ich das einfach ein spannendes Unternehmen finde, der in einer spannenden Branche tätig ist und ich finde, da gibt es, das ist eine, die hat Substanz. Und das ist halt die Frage, ist immer, wenn man jetzt, wenn man sich jetzt auf die Schnäppchensuche macht, ist der, ist die Idee, die man da investiert hat oder die man investieren will, ist die noch intakt oder ist jetzt irgendwas durch diesen Einbruch kaputt gegangen? Und ich würde sagen, dieser Einbruch, den wir jetzt erlebt haben, der hat ja nicht Ideen, da sind ja nicht Ideen entzaubert worden. Klar, eine Verzögerung bei Nvidia oder vielleicht mal ein Kartellverfahren bei Google, wo es dann irgendwie mit Apple Probleme geben könnte, wenn sie da ihre komischen Deals gemacht haben. Klar, können dann auch mal einzelne Sachen, die nicht so aufgehen. Aber ich glaube, die Grundidee ist ja durch diese Korrektur jetzt nicht kaputt gegangen an den Märkten. und deswegen würde ich sagen, bin ich jetzt auch nicht ein Anhänger davon, zu sagen, es ist jetzt eine Blase, die platzt, wo wir jetzt irgendwie wie Jahr 2000 noch drei Jahre lang irgendwie nach unten gehen oder ich würde auch nicht denken, dass es wie 2021 ist, wo einfach zu viele unprofitable Geschichten nach oben gespült worden sind, wo sich dann vieles in Luft aufgelöst hat. Ich würde schon sagen, es ist eher jetzt eine Korrektur von überzogenen Erwartungen, eine Korrektur von überzogenen, Bewertungen und die wird jetzt abgebaut und ich könnte mir vorstellen, da geht bestimmt noch auf der einen oder anderen Stelle noch was runter und ich würde auch noch nicht denken, dass diese Sommerkorrektur oder Sommergewitter, was wir jetzt haben, dass es jetzt vorbei ist. Ich würde wahrscheinlich bis September oder so warten oder keine Ahnung, es ist immer schwierig, so was zu timen. Aber ich würde immer denken, das wird noch ein bisschen andauern. Ich würde halt jetzt mir überlegen, welche Aktien wollte ich schon immer mal haben, so wie das bei Arm der Fall ist und dann guckt man und denkt sich so, what, so günstig? Und so würde ich dann halt auch mich auf die Lauer nach Sachen machen. Würde ich jetzt schon einen gehebelten Nasdaq 100 ETF wieder investieren? Nee, würde ich wahrscheinlich nicht machen. Da würde ich noch ein bisschen abwarten. Den Gesamtmarkt würde ich denken, da geht noch ein bisschen mehr ausschütteln. Aber so einzelne Sachen, die vielleicht überzogen nach unten gegangen sind, da kann man halt schon mal gucken. Ich weiß nicht, wie du das machst. Ja, und wie gesagt, ja, ich habe natürlich auch schon wieder ein bisschen zugekauft, auch sogar letzte Woche schon. Aber dazu gleich nochmal bei meinen Bullen. Ich würde sagen, genau. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden, solange man einfach ein bisschen konsequent sein Basisdepot nicht anrührt und dann ein bisschen mit Cash und so weiter. Aber da ein bisschen gestaffelt reingehen. Und wenn man jetzt, das kann man auch nicht sagen, jetzt warte ich bis September, bis ich mir die Intel-Aktie kaufe. Nee, für die einzelne Aktie würde ich das nicht machen. Und dann schreit du dich halt einfach mal an und dann hast du irgendwie Liquidität. Und dann kann man das da machen. Und wenn es dann weiter runter geht, kann man ja auch nochmal verbilligen oder was auch immer. Aber bloß sich bewusst sein. Also jetzt hier groß auf, ich bin ja auch ein großer Freund von Geber, aber jetzt hier groß auf den Markt, mit sehr stark gehebelten Produkten, das würde ich jetzt auch nicht machen. Da habe ich gestern mal ganz kurz Intraday, so ein bisschen einen ganz kleinen Schwung mitgenommen. Aber das ist auch schnell wieder raus. Das ist dann wirklich so eine ganz kleine. Und das kann mal in die und in die andere Richtung gehen. Und wenn man das macht, muss man denken, das Geld muss man dann voll vergnusen können. Also das muss man dann komplett abschreiben können. Und auch wenn man es jetzt verbilligt, nur das Geld einsetzen, was ihr wirklich nicht braucht. Also wenn ihr jetzt Geld einsetzt, wo ihr denkt so, ich habe jetzt eigentlich eine Cash-Komponente, die muss ich zwar immer mir als Sicherheitspolster machen, aber jetzt nehme ich mal die Chance und mache das mal. Das würde ich auch nicht machen. Also ich würde wirklich nur, auch wenn man jetzt nachkauft und Investitionen macht, sollte man wirklich auch nur das Geld nehmen, was man im Zweifelsfalle für fünf Jahre entbehren kann. Also jetzt zu sagen, ich nehme mal meine ganzen Haus und Hof und wette drauf, dass es wieder nach oben geht. Auch diese Idee, ich investiere jetzt nur das Geld, was ich vorher, wo ich vorher eine Nvidia-Position-Teil verkauft habe. Oder ich habe glücklicherweise bei Crowdstrike viel zu wenige verkauft. Oder ich habe noch ein paar andere von diesen Cloud-Geschichten verkauft. Da würde ich jetzt schon mal an einer oder anderen Stelle was machen. Aber nie Geld nehmen, was ihr wirklich vielleicht in einem Monat, in zwei Monaten oder drei Monaten braucht. Weil es kann niemand sagen, wie das jetzt weitergeht. Gut. Oder? Ich würde sagen, genau. Jetzt haben wir alle unsere Lehren dargebracht. Absolut. Und genau. Ich würde sagen, jetzt haben wir diesen Crash, dieses Beben ausführlich beleuchtet mit Ursachen, Auswirkungen und Lehren. Und jetzt wollen wir trotzdem noch ein bisschen Bulle und Bär machen. Genau. Das ist wahr. Ja, also ich würde mal anfangen, weil ich jetzt gerade nochmal den Namen habe. Ja, weil du schon mit den Aktien angefangen hast, die du nachgekauft hast. Bitte. Genau. Beziehungsweise einmal nachgekauft und einmal nicht liquidiert worden. Da bin ich froh, dass ausgerechnet diese Aktie gestern nicht liquidiert wurde, weil ich die am längsten in meinem Hebelportfolio da habe. und das ist auch einer meiner KI. Ja, ich bin ja nicht ohne KI unterwegs. Also die Aktie von Palantir und ich mag es jetzt auch schnell. Die kriege ich deswegen, also ich habe zwei Bullen quasi, die bekannte sind und deswegen mache ich zwei Bullen in einer Rubrik. Ich habe trotzdem einen Bären auch noch. Die Bullen sind es nicht. Die Bullen sind ein bisschen kürzer. Ja, heute gibt es zwei für eins. Ja, es ist alles im Ausverkaufspreis hier. Palantir hat eben gestern nachbörslich Zahlen vorgelegt und die sahen sehr, sehr gut aus. Und sie haben die Jahresprognosen angehoben und sehen sich eben auch als großen KI-Gewinner und haben sowohl mit ihren Zahlen als auch mit der angehobenen Prognose gepunktet. Sie haben, ich lese nicht die ganzen Zahlen vor, weil das kann man sich selber anschauen, dann sagen aber, dass ihre KI-Plattformen und ihre Software gerade jetzt auch für Unternehmen, also sie haben ja zwei Geschäftsfelder, zum einen das Regierungsgeschäft, wo sie ja für Geheimdienste und dergleichen arbeiten und das andere Geschäft für Unternehmen. Und das ist besonders stark gewachsen. Zum Beispiel haben sie eine Zahl genannt, dass ihr Commercial Business ist 55 Prozent gewachsen, also deutlich stärker als ihr Gesamtumsatz, der vielleicht die eine Zahl noch um 23, 27 Prozent, wenn man eine Zahl sucht, bei den vielen Zahlen dann 27 Prozent, sind sie gewachsen im zweiten Quartal beim Umsatz zum Beispiel jetzt. Und das ist ein gutes Zeichen, finde ich. Und sie haben auch ein paar Beispiele im Earnings-Core genannt, wie schnell sie auch implementieren können. Zum Beispiel haben sie von einem Versicherer erzählt, wo sie halt quasi nach dem Bootcamp, wo irgendwie ein bisschen diese Ideen da entwickelt werden, bis zur quasi Implementierung nur 16 Tage gebraucht haben. Beim Großhandelsversicherungsmakler, da sie haben ein anderes Beispiel genannt, wie zum Beispiel eine Klinik in den USA ihre Software einsetzt und die Umsätze deutlich gesteigert hat. 2021 haben sie noch für 1,5 Millionen Revenue gemacht, also Umsatz mit diesem Hospital. Und inzwischen schon 15 Millionen. Also in vielen, vielen Bereichen ist diese Software einsetzbar. Und sie sagen, sie sind eben da große Gewinner, auch der KI, weil sie auch den Unternehmen in dem Bereich helfen können. So, das ist der eine Bulle der Woche. Und die Aktie war vorbörslich, gleich geht es ja los in Amerika. Vorbörslich etwa 10 Prozent im Plus. Und der andere, auch ein Altbekannter, ist Cinko Solar. Die habe ich tatsächlich letzte Woche schon mal nochmal aufgestockt, weil ich da einfach der Meinung war, dass die da schon zu billig war, also unter 20 Euro jetzt gefallen ist im deutschen Handel. Und die sind gestern an diesem Montag nochmal stärker unter die Räder gekommen. Aber sie haben an diesem Montag auch eine gute Nachricht gebracht und auch einen Turnaround hingelegt, was ja ein gutes Zeichen ist, wenn man Intraday-Reverseland sogar im Ausverkaufstag schafft, weil sie auch angekündigt haben, eine nochmalige Cash-Dividende zu bezahlen. Jetzt im August von einem Dollar 50 je Aktie. Und das ist quasi eine zusätzliche Dividende. Sie haben im Dezember schon eine ausgeschüttet. Und sie sehen das als einen Ausdruck. Sie sagen, trotz der anhaltenden Herausforderungen auf dem globalen PV-Markt ist die Bar-Dividende ein Ausdruck unseres Vertrauens in die Geschäftsaussichten des Unternehmens und unseres Engagements. Und natürlich für die Aktionäre und so weiter. Aber ich meine, das ist schon ein starkes Statement. Nächste Woche, am 12. August, kommen erst die Zahlen. Aber da kann man ja damit rechnen, dass die jetzt nicht ganz desaströs, wenn man sich eine Dividende von 1,50 Euro leistet. Das sind auch immerhin... Eigentlich so ein Kosten, ja. Da hatte ich es ja auch aufgeschrieben. So, auf jeden Fall, genau, Bar-Dividende. Und es gab im Juli nochmal eine gute Nachricht, dass sie in Saudi-Arabien Joint Venture mit saudischen Firmen gemacht haben und dort in Saudi-Arabien eine Modulfabrik bauen. Und die Saudis wollen bis 2030 ihre Solarkapazitäten verzwanzigfachen. Und da sind sie auch mit an Bord. Und die Aktie ist so verprügelt und mittlerweile so günstig geworden. Ich gucke dich schaden ab. Die hat mich mal wieder angeschrieben. Wirklich? Oh, wow. Aber wer sich nicht sicher ist, natürlich PV, Überkapazitäten und so weiter. Aber in China will man ja auch den Preisdruck irgendwie angehen und versuchen, dass man sich nicht mehr gegenseitig da zu sehr kranibalisiert bei den Dumpingpreisen. Vielleicht gelingt es mal. Aber kann man natürlich auch mal die Zahlen abwarten nächste Woche um den 11. August und sich das angucken. Und naja. So, meine zwei Bullen für Palantir und Jinko. Dann mache ich ja meinen, ich könnte jetzt meinen Bär machen. Ja, genau. Ich mache meinen Bär, der passt auch besser an deine Jinko-Solar dran, weil da geht es ja um die Zukunft der Energie. Und mein Bär der Woche geht an. Ich bin ja in Italien im Urlaub und bin immer wieder überrascht, wie dieses sonnige Land. Ich bin jetzt im Süden unterwegs, Neapel und jetzt an der Amalfi-Küste in Albury. Das ist so ein Nest, was irgendwie oben in den Bergen ist, wenn man zum Strand will, muss runtergehen und Treppen steigen eine halbe Stunde. Jetzt habe ich schon einen richtigen Muskelkater im Po, weil immer jeden Tag irgendwie morgens geht man runter zum Schwimmen und nachmittags das Gleiche nochmal. Aber wie wenig Solar es gibt. Ich habe in Neapel nicht eine einzige Solarzelle gesehen auf dieser ganzen drei Millionen Einwohner Stadt, sondern es gab auch kein einziges Elektroauto. Und das Einzige, was ich hier gesehen habe, jetzt in Albury, ich habe ein hybrides Auto gesehen und eine Ladestation. Es gab keine Ladestation, es gab keine Solarzelle, nichts. Und jetzt habe ich mal geguckt, das ist natürlich ein Phänomen des Südens, klar, wobei ich war in Sizilien, da gab es schon ein paar Solarzellen und da war man schon auch was, was Elektromobilität anbetraf, größer. Aber wie stark hier noch diese fossilen Sachen sind. Überall fahren diese Motorräder lang und es stinkt in Neapel. Ich liebe Neapel, es ist eine tolle Stadt, weil sie einfach so wuselig ist und so. Aber sie stinkt, sie ist dreckig. Sie spaltet natürlich die Leute, weil entweder man liebt sie oder man hasst sie. Ich liebe sie, weil das einfach meine Art von Lebensgefühl ist. Wenn man jetzt noch die Autos und die Motorräder entweder elektrifizieren würde oder ganz aus den Gassen rausbekäme, wäre das noch viel schöner. Und wenn ich mal gucke, Stromerzeugung, Italien aus Solarenergie 2023 Grad mal 10 Prozent. Selbst Deutschland, wo wir viel weniger Sonne haben als Italiener, haben wir einen höheren Anteil, nämlich 12 Prozent. Denn wenn man guckt, wie viel Photovoltaik-Leistung installiert ist, da ist Italien noch weit hinter Spanien, Brasilien mit 30,3 Gigawatt installierter Leistung. Wir in Deutschland haben 81,6, also ungefähr nicht ganz dreimal so viel Photovoltaik-Leistung, obwohl wir viel weniger Sonne haben. Ich mag es wirklich nicht verstehen, warum es so ist. Und vielleicht brauchen die Italiener, nachdem sie ja dieses wunderbare Superbonus-Programm gemacht haben, wo jeder, der seine Hütte modernisiert hat, ein vielfaches an Steuervergünstigung bekommen hat, hat zwar die Schulden des Landes nach oben gebracht und so weiter, aber vielleicht braucht man sowas ja auch mal für Photovoltaik und dann könnte hier auch mal was losgehen. Oder für Elektroautos. Aber das ist wirklich noch faszinierend, wie wenig die, zumindest hier in Süditalien, auf Umwelt achten, auf Abgase achten, auf Elektrifizierung achten. Und deswegen ist das mein Bär der Woche, ist einfach das fossile Zeitalter, was hier immer noch voll rumschlägt. Und jetzt kann man natürlich sagen, das ist ein armes Land. Und wenn man nach Afrika geht, das ist wahrscheinlich noch viel schlimmer, obwohl die noch viel mehr Sonne haben. Aber das ist für mich kein Argument, da müsste mehr gehen. Genau. Also angekommen zu einem Bereich, wo Italien eigentlich vor Deutschland ist. Und was mir immer wieder, ich weiß nämlich, weil ich letztlich auch zum Bär der Woche, als ich aus dem Italien Urlaub kam, aber man muss es immer wieder wiederholen, weil es einfach sich auch nichts verändert. Cash-Only ist mein Bär der Woche. Und auch dankenswerterweise hat sich der Bitkom-Verband der Sache jetzt angenommen. Ich habe es aber letzte Woche erst wieder erlebt, wir hatten einen Hochzeitstag und waren schön essen. Da wusste ich, okay, in dem Restaurant kannst du mit Karte bezahlen, hat also kein Cash-Einstieg. Und dann haben wir gesagt, ach, spontan ist es so schön draußen, wo wir uns noch irgendwo raussetzen und irgendwie an der Bar noch einen Absacker trinken. Dann haben wir wirklich vier Bars abgeklappert, da im Prenzlauer Berg in der Nachbarschaft. Und bei keiner einzigen konnte man mit Karte bezahlen. Alle nur Cash-Only. Und es erzählt mir auch keiner, dass das immer nur wegen der Kartengebühren ist. Also ich glaube, das sind wirklich Steuerumgehungstricks, die da zum großen Teil der Grund dafür sind, dass man nur Bargeld akzeptiert. So, das ist das eine. Und das andere, es ist einfach wirklich ärgerlich für den Kunden. Und der Bitcoin hat es jetzt eben auch im Positionspapier dazu geschrieben. Und die haben auch nochmal den Aufhänger genommen. Europameisterschaft, wo wirklich in vielen sozialen Netzwerken über die Deutschen gelacht und gelästert wurde, weil man hier eben in den Kneipen und nirgends mit Karte bezahlen konnte. Und sich die Leute aus England, Italien, Belgien, sogar aus Rumänien eben darüber ausgelassen haben, wie rückständig die Deutschen sind. Und ich finde, es kann einfach nicht sein. Bitcoin fordert auf jeden Fall nach einer echten Wahlfreiheit beim Bezahlen. Fordert eine flächendeckende Akzeptanz mindestens einer digitalen Bezahlmethode. Muss ja nicht alle Karten sein, alles aber einmal digital bezahlen, wenn es nur die IC-Karte ist. Das finde ich, das ist absolut zwingend und das streiche ich absolut den Bitcoin. Und sie sagen auch überall, überall muss digital bezahlt werden können. Im Handel, in der Gastronomie, im Nahverkehr oder auch in Behörden. Und es soll auch keine Mindestbeträge beim digitalen Bezahlen geben. Also, dass man auch unter 10 Euro mal im Späti was kaufen kann. Und sie fordern dann auch eben, zum einen soll es dafür Vorschriften geben, aber auch gezielte Entlastungen von Händlern und Gewerbetreibenden, etwa durch Steueranreize für diese digitalen Zahlungsangebote. Und sie haben auch eine Umfrage gemacht. Zwei Drittel der Bevölkerung, 66 Prozent, sprechen sich vor eine gesetzliche Pflicht aus, dass überall neben Bargeld auch eine digitale Zahlungsmethode akzeptiert werden muss. Bargeld ist ja sowieso vorgeschrieben. Das ist ja auch so krass, aber dass du auch eben mit digital bezahlen kannst, das wäre einfach, finde ich, ganz wichtig. Und ja, sie sagen, das ist auch ein Katalysator für die notwendige Digitalisierung Deutschlands. Und sagen auch, dass es ja auch eine bessere Kundenbindung dann ist, weil 19 Prozent der Verbraucherinnen und Verbraucher Orte, an denen sie nicht digital bezahlen können, meiden. Gut, manche haben es offenbar nicht nötig, so schlimm, so scheint es der Gastronomie nicht zu gehen, dass man das nicht nötig hat. Und deswegen, da muss man halt dann einfach sanft gezwungen werden, finde ich. Und auch der Bitkom erwähnt, das ist gesamtgesellschaftlich für digitales Bezahlen zugleich zu mehr Steuergerechtigkeit, da Schattenwirtschaft und Steuervermeidung erschwert werden. Und schließlich positiven Klimaeffekt gibt es auch noch, da Bargeldzahlen durchschnittlich um den Faktor 5,9 höhere CO2-Emissionen verursachen. Deswegen mein Bär der Woche erneut für Cash-Only. Sehr schön, dann komme ich zu meinem Bullen der Woche. Und mein Bulle der Woche ist auch mit Italien. Ihr kennt ja, ich bin ja der große Nutella-Fan und ich schaue mir immer an, wie die Nutella-Preise in Deutschland und Italien differieren voneinander. Und ich muss sagen, in Italien ist es Nutella oder die Nutella oder wie man es auch mal nennen mag, nur noch 11,4 Prozent teurer als in Deutschland. Und der Bulle geht jetzt dafür, dass man sehen kann, dass der Euro doch dazu führt, dass es eine gewisse preisliche Anpassung gibt. Das ist natürlich insofern für uns Deutsche negativ, weil es natürlich frustrierend ist zu sehen, dass jetzt die Supermarktpreise sich langsam anpassen. Und wir in Deutschland jetzt höhere Preise haben, beziehungsweise Nutella ist seit 2017 in Deutschland um 29 Prozent gestiegen, der Nutella-Preis. Und in Italien nur 11 Prozent. Und dann hat man halt automatisch eine Anpassung, das ist bei ganz vielen anderen Lebensmitteln auch so in Italien. Und wenn man sich insgesamt die Inflationsraten anguckt von Italien seit, würde ich mal sagen, seit der Euro-Krise 2012, da hat Italien, ist die Inflation, also die Geldentwertung nur um 22 Prozent gestiegen und in Deutschland um 32 Prozent, also zehn Prozentpunkte mehr. Und das zeigt halt, wenn innerhalb einer Währungsgemeinschaft eine Volkswirtschaft, die halt überwertet war wie Italien, jetzt eben die Preise langsamer steigen als in der anderen, dann wird das ganze Gebilde ein stabileres. Und dafür gibt es ein Bulle der Woche, dass man halt sehen kann, dass es doch positiv zusammenwächst. Was natürlich frustrierend ist, dass Deutschland mittlerweile, dass Nutella so viel gestiegen ist im Preis und viele andere Preise in Deutschland auch viel stärker gestiegen ist. Das merkt man eben erst, wenn man mal wieder in einem italienischen Supermarkt ist und sich mal anschaut, was es hier, was es jetzt hier kostet, was es in Deutschland kostet. Aber trotzdem ist es ja auch der positive Aspekt, der manchmal zählt, dass es eine Anpassung gibt und die ganzen Euro stabiler macht. Und deswegen ist es mein Bulle der Woche, der Nutella-Preis. Und es ist interessant zu sehen, dass der Nutella war auch 30 Prozent mal überbewertet. Also war 30 Prozent teurer in Italien. Man sieht halt wirklich, wie man an so einer einfachen Sache wie einer Schokocreme eine ganze Theorie ökonomisch, also Preis-Purchasing-Power-Parity-Dinges, also sehen kann, wie die Kaufkraftparitäten funktionieren. Dass man an so einem einfachen Gute sehen kann, das finde ich immer das Schöne und das zeigt es mir auch sehr schön. Aber möglicherweise gibt es ja in Italien auch nochmal Unterschiede zwischen dem armen Neapel und den etwas wohlhaberen Erhaben darin. Vielleicht ist das so. Das kann ich mir schon auch vorstellen. Ich habe jetzt hier fünf Supermärkte inklusive Lidl, habe ich gesehen. Und Lidl hatte nicht den günstigsten Nutella-Preis. Ich habe jetzt den Durchschnittspreis von italienischen Supermärkten genommen und dann habe ich sechs Stück genommen. Lohnt sich Lidl nicht mehr? Ja, gute Frage. Ja, die müssen ja auch teure Fußballwerbung zahlen. Ja, genau. Da muss ja auch irgendwie wieder reingespielt werden. Übrigens, Palantir-Aktie eben mit 13 Prozent im Plus eröffnet. Ja, sehr schön. Ich glaube auch viele Analysten, die die Aktie hochgestuft haben, das höchste Kurszahl von Wettbusch auf 38 Dollar hochgestuft von 35 Dollar. Ich habe geschrieben, this was a game-changer quarter for the Palantir story as the SIP Monetization, also das ist die AI-Plattform Monetization piece on US Commercial was front and center as a major growth driver. Ist das nicht schön? Wow, hast du bei Twitter geschrieben? Da habe ich nicht bei Twitter geschrieben. Das hat der Wettbusch, Dan Ives hat das geschrieben. Der Wettbusch hat das geschrieben. Achso, ich dachte, du hast es. Du hast mir gerade, ich schreibe. Dan Ives. Ich habe die Aktie selbst, aber es hat Dan Ives von Wettbusch geschrieben, weil du gerade gesagt hast, die haben das höchste Kursziel und haben angehoben von 35 auf 38, genau. Genau. Gut, das war's. Genau. Nächste Woche bist du wieder. Weißt du schon, wer nächste Woche da ist, statt des Champions Day nochmal? Habe ich noch nicht, keine feste Zusage. Ich habe Ideen, aber ich habe noch niemanden angefragt. Also, so. Lassen wir uns überraschen. Dann lassen wir uns überraschen. Und in zwei Wochen ist der Champions dann wieder zurück und dann habe ich vielleicht auch eine italienische Aktie dabei. Meine vor zwei Jahren, ich glaube, Nexi hatte ich mal. Ich glaube, die hat sich nicht so gut, die ist schlecht gealtert, die Aktie-Idee. Obwohl ich diese Nexi-Terminals immer noch sehe. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht der absolute Burn. Aber ich schaue jetzt einfach mal nach, ob ich vor zwei Jahren, wer die Idee sich mehr mitgenommen hätte, hätte heute nur noch ein Drittel seiner. Sein ist nicht ganz. Fast ein Drittel nur noch. Ja, aber da gilt ja wieder bei Ideen. Wie immer sind Ideen. Dann sind Ideen und gerade bei spekulativen Ideen kann man auch mit Stopp-Kursen arbeiten oder sie aktiv dann eben verfolgen. Das stimmt. Man muss da nicht den Weg bis nach unten mitgehen. Ach nee, vor zwei Jahren habe ich die ja gehabt, die Idee. Stopp mal, dann ist nicht ganz so schlimm. Das ist die Prognose. Du warst nicht bei acht, jetzt ist sie bei fünf. Ich dachte, das war drei Jahre. Nee, das war vor zwei. Ja, dann. Ist nicht mehr ganz so krass. Aber es ist trotzdem, man sieht Alltagsideen, die man hier spottet, die müssen nicht immer auch sofort zu Reichtum führen. Genau. Sehr schön. Deswegen sind das Ideen. Ja, also wir haben zumindest Europa umgerundet. Das ist wahr. Und die Welt auf jeden Fall auch. Die Welt auch. Und Japan bis irgendwo. Die Aktienwelt definitiv. Vom Land der aufgehenden Sonne bis in den Westen. Ja, sehr gut. Amerikas. Und dann können wir getrost Tschüss sagen. Und tschau. Wir bleiben Bulle. Und Bär. Räffner. Und Zschäpels. D-Sechse. D-Sechse. D-Sech. D-Sech. Untertitelung des ZDF, 2020